Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Creek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung von königlichem Wissen. Unsere beiden deutschen Supertalente, Vincent Keimer, 16 Jahre alt und Louis Engel, 18 Jahre alt, trafen sich auf Leeches zu einem Match über 22 Partien. Das Format, erstmal Blitzpartien mit 5 plus 1 Bedenkzeit, dann Partien mit 3 plus 1 und dann 1 plus 1 Bullet. Das ist im Moment ein sehr, sehr beliebtes Format in Duellen zwischen zwei Spielern. So ein bisschen, ja, Chess.com ist ein bisschen der Vorreiter mit seinen Championships, was dieses Format betrifft. In diesem Video zeige ich euch eine Partie von diesen 22, eine sehr spannende Partie. Rolu, das ist Louis Engel und Vincent Keimer 2004 ist Vincent Keimer. Ja, Louis ist ein bisschen unterbewertet, muss man sagen, mit seiner Blitzzahl auf Leeches. Das liegt ganz einfach daran, dass er nicht so viel spielt. Er hat letztes Jahr sein Jura-Studium begonnen, 2020, und spielt zwar regelmäßig auf Leeches, aber sehr, sehr punktuell und immer ganz bestimmte Turniere nur. Gehen wir mal rein. Also völlig unterbewertet. Das ist ja meine Zahl. Geht ja gar nicht. So, E4, C6, Karo-Kann-Verteidigung. Vincent spielt sehr viel Karo-Kann. In letzter Zeit ist mir aufgefallen. Sehr gut. Ich auch. Kann ich was von ihm lernen. Springer C3, D5. Hier sind die Hauptzüge D4 oder Springer F3, die Zwei-Springer-Variante. In dieser Partie allerdings spielt Louis Dame E2. Das ist hier so eine Trick-Variante. Ich meine, der Zug ist objektiv nicht besonders gut. Blockiert hier den Läufer, der kommt nicht raus. Und nimmt auch dem Springer hier dieses Rückzugsfeld. Und was ist denn die Idee von dem Zug? Ja, eine Idee ist, weiß droht auf D5 zu schlagen und dann mit Dame B5 Schach den Bauern D5 zu gewinnen. Natürlich kann das nur passieren, wenn Schwarz hier irgendeinen unsinnigen Zug macht. Der beste Zug ist hier D4. Und da spielt auch Vincent. Greift den Springer an. Und warum ist das der beste Zug? Man gewinnt Raum und der Springer muss auf ein ungünstiges Feld zurück. Und zwar nach D1. Geht er zurück. Jetzt kommt E5. G3. Läufer hat D6. Weiß fernkettiert jetzt den Läufer nach G2. Weil der kann ja auf der Diagonale, wo die Dame im Weg steht, nicht vernünftig raus. C5. Schwarz hat schon ein schönes Zentrum hier aufgebaut. Hat schön viel Raum im Zentrum. D3. Springer hat C6. Alles logische Züge. Zentrum ist hier geschlossen und wird jetzt mit F4 angegriffen. Super logisch. Das ist hier der typische Setup, den Weiß in dieser Variante wählt. Jetzt hier spielt Vincent Springer GE7. Entwickelt den Springer. Ich denke, etwas genauer ist es zuerst auf F4 zu nehmen und dann F6 zu spielen. Und dann Springer GE7. Und dann kommen wir in die gleiche Stellung rein, die wir in der Partie sehen werden. Der Grund ist der folgende. Nach Springer GE7 hat Weiß die Möglichkeit, hier mit F5 fortzusetzen. Die Bauern weiter fortzuschieben. Und dann mit diesem typischen Plan am Königsflügel die Bauern laufen lassen. Ich habe das selbst schon häufiger gespielt. Hier ist so eine Stellung. Diese Struktur. Und wenn man dann kurz ruhiert, kommt der ganze weiße Bauernsturm am Königsflügel. Und man muss da höllisch aufpassen, dass man nicht überrollt wird. In der Partie, wie gesagt, Springer GE7. Springer F3 von Luis. Und jetzt nahm hier Vincent raus auf F4. Das ist richtig. E schlecht F4. G schlecht F4. Und hier F6. Ganz wichtiger Zug. Ich vermute mal, er kannte die Variante. Aber ich weiß es nicht. Aber er sieht so aus, als ob er sie kannte. Und F6 ist gut, weil Schwarz stemmt sich hier gegen Weißes E5. Wenn Weiß jetzt hier E5 spielen würde, dann würde Schwarz nehmen, den Läufer zurückziehen. Und der Bauer E5 ist eher eine Schwäche als eine Stärke. Und Schwarz kann sich hier problemlos weiterentwickeln. Kurze Hochrade, der Läufer kann da G4, Springer D5. Das sieht alles richtig gut aus. Und Luis verzichtete hier auf E5. Hält erstmal die Bauern hier auf E4 und F4. Und die kontrollieren ja sehr viele Felder auch hier auf der 5. Reihe. Stattdessen zog er C3. Greift das schwarze Zentrum an hier. Schwarz hochiert. Weiß hochiert. Springer G6. Jetzt wird es konkret. Sehr konkret. Und es wird sehr spannend. Springer G6 greift den Bauern E4 an. Der geht vor. Greift den Springer an. Der Springer geht nach F4. Greift Dame und Läufer an. Und jetzt kommt Läufer schlicht F4. Läufer schlicht F4. Springer schlicht D4. Ja, was ist das für ein Zug? Springer schlicht D4. Macht die Bahn frei für den Turm. Der greift den Läufer an. Aber Schwarz muss nicht mit dem Bauern auf D4 nehmen. Weil dann würde er einen Bauern verlieren. Nach C schlicht D4. Turm schlicht D4. Hätte weiß einen Bauern mehr. Besser mit dem Springer schlagen. Greift die Dame an. Weiß muss nehmen. Jetzt kommt Dame schlicht D4. Schach. König A1. Und der Läufer kann zurück nach E5. Wir haben materielles Gleichgewicht. Aber Schwarz hat natürlich hier super Kontrolle über die schwarzen Felder. Blockiert hier diese Kette. Die ist sehr schwach, diese Kette. Hat das Läuferpaar. Langfristig. Und hier ist ein schwacher Bauer auf D3. Den kann er super attackieren hier mit Turm D8. B6. Läufer A6. Das werden wir auch sehen, wird in der Partie kommen. Aber Luis ist nicht umsonst Großmeister und sehr talentierter Spieler. Wenn er nicht hier trotz schlechterer Stellung noch irgendwie einen Angriff zaubern würde. Turm C1 erstmal. Aktiviert den Turm. Turm D8. Turm F3. Deck den Bauern. Aktiviert den Turm. B6. Sehr logisch. Turm H3. Auch sehr logisch. Und Weiß attackiert jetzt den schwarzen Königsflügel. Läufer A6. Greift hier den Bauern an. Und hier zeigen sich Spitzenspieler. In solchen Stellungen. Sie klammern sich nicht an so einem blöden Bauern fest. Sondern sie suchen die Aktion. Die Aktivität. Dame H5. Greift den Bauern H7 an. Schwarz muss natürlich H6 spielen. Jetzt kommt Springer E3. Ihr seht. Luis sagt. Komm den Bauern kannst du haben. Ich aktiviere meinen Springer. Weil der Springer auf D1 ist super schlecht. Und über E3 kommt er nach D5 auf ein wunderschönes Feld. Läufer F4. Starker Zug von Vincent. Fesselt hier den Springer. Deck den Bauern. H6. Ihr werdet wahrscheinlich in den Kommentaren fragen, warum nicht Läufer schlicht D3. Deswegen zeige ich es euch. Läufer schlicht D3. Ist nicht gut. Wegen Springer G4. Naja. Hier müsste Schwarz schon einen perfekten Zug finden, um den weißen Angriff abzuwehren. Wenn ihr es schafft, hier den perfekten Zug zu finden, okay, dann ist es okay, dass ihr auf D3 geschlagen habt. Aber hier. König F8 muss man hier spielen. Man muss mit dem König wegrennen. Dann ist das okay mit Läufer D3. Läufer schlicht E4 zum Beispiel dagegen. Wäre ganz schlecht wegen Springer schlicht H6 Schach. G schlicht H6 und dann Dame G4 Schach. Und hier gewinnt weiß plötzlich. Riesen Angriff. Der schwarze König ist offengelegt. Er bekommt seine Figur wieder. 1-0. Gehen wir zurück zur Partie. Springer E3. Läufer F4. Starker Zug. Turm E1. Hier hätte jetzt Vincent auf E3 nehmen können. Läufer schlicht E3. Turm H schlicht E3 mit der Idee E5 und dann Dame E5. Und hier hat Schwarz strategischen Vorteil. Er drückt gegen den Bauern D3. Und der weiße Angriff ist hier so zum Erliegen gekommen. Schwarz wird auch problemlos die Türme auf der D-Linie verdoppeln und den Bauern auf D3 bald gewinnen. Stattdessen, es ist eine Blitzpartie. Die spielen natürlich nicht perfekt. Kam jetzt hier Läufer schlicht D3. Auch ein guter Zug, aber nicht so gut wie Läufer schlicht E3. Springer D5. Greift den Läufer an. Läufer G5. Springer E7. Schach. Ihr seht, Beiß hat den Springer aktiviert. Der König geht nach H8. Sehr logisch. Jetzt kommt aber E5. Starker Zug. Greift den Turm an auf A8. Und das Ganze ist jetzt hier auf Messerschneide. Vincent reagiert sehr, sehr gut. Mit Dame F2. Greift den Turm an hier. Auf E1 und droht Schachmatt. Der Turm muss nach G1. Und hier muss man wirklich höllevorsichtig sein. Und den besten Zug finden hier. Ansonsten verliert man das hier mit Schwarz. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Ich dachte für einen Moment kurz, was ist denn mit Läufer E3 hier? Droht Matt auf G1? Das ist ganz schlecht. Wegen. Turm schlicht E3. Dame schlicht E3. Und jetzt E schlicht F6. Und plötzlich fällt hier die schwarze Festung auseinander. G schlicht F6. Dame F7. Und Springer G6 Schach. Ist nicht vernünftig zu verhindern. Und der Turm hängt auch noch hier. Vincent fand aber den besten Zug. Und spielte Läufer E2. Greift die Dame an. Plus möchte hier Turm D1 spielen. Und hier verpasste Luis das Remi. Tja, es ist auch nicht besonders einfach. Die Dame ist angegriffen. Er entschied sich, die Dame nach F7 zu ziehen. Kommen wir gleich zu. Zuerst aber der Remi-Weg. Springer G6 Schach. König A7. Und hier ganz schwierig zu sehen. Springer F8 Schach. Turm schlicht F8. Dame G6 Schach. König H8. Vorsicht, König G8 ist Quatsch wegen Läufer D5 Schach. Also direkt König H8. Aber hier. Läufer schlicht F8. Turm schlicht F8. Und jetzt die Bombe. Turm schlicht G5. F schlicht G5 von mir aus. Turm schlicht F6 Schach. G schlicht F6. Dame schlicht F6 Schach. Und das ist Dauerschach. Hier auf der sechsten Reihe. Der schwarze König wird sich nicht verstecken können. Warum eigentlich nicht? Wenn er wegläuft. Machen wir kurz die Engine an. Dame D6. König C8. Dame C6. König B8. Dame D6. Und wenn der König jetzt weglaufen will über B7. Dame D7 Schach. König A6. Ah. Dame A4 Schach. Dann muss er zurück. Dame D7 Schach. Ja. Egal. Er kann nicht wegrennen. Es wird Dauerschach. Gehen wir zurück zu einer Stellung hier nach Turm schlicht G5. Weil bestimmt einige von euch hier auch einen Zug gesehen haben, der vermeintlich gewinnt für Schwarz. Nämlich Läufer F3 Schach. Dem ist aber nicht so. Schwarz weiß schlicht einfach den Läufer. Dame schlicht F3 Schach. Und jetzt Turm G2 zurück. Und hier muss Schwarz Dauerschach geben, weil es droht Matt. Und E schlicht F6. Dauerschach mit Dame F1 Schach. Turm G1, Dame F3 Schach und so weiter. Gehen wir zurück zur Partie. Nach Läufer E2. Luis setzte fort mit Dame F7. Verständlich. Jetzt gewinnt aber Schwarz mit Turm D1. Es droht Matt. Wir sehen, der schwarze Angriff schlicht zuerst durch. Vor dem weißen. Ganz wichtig ist auch dieser Verteidiger hier. Der Läufer, der diesen Bauern deckt. Sonst würde Turm schlicht H6 hier gewinnen. Nee, G schlicht H6. Sondern Springer G6 Matt oder sowas. Der Läufer verteidigt da sehr wichtig den Bauern H6. Ja, Turm D1 muss Weiß nehmen. Turm schlicht D1. Läufer schlicht D1. Dummerweise droht jetzt wieder Matt auf der Grundreihe. Bei E1. Deswegen muss Weiß jetzt die Dame zurückziehen nach C4. Das ist natürlich doof. Jetzt kommt Dame E1 Schach. Tja, und jetzt hat Weiß das Problem auf der Grundreihe. Er zog die Dame zurück nach F1. Es hilft auch nicht, die Läufer zurückzuziehen. Weil dann die Dame hier gebunden ist an den Läufer. Schwarz könnte einfach den Bauern nehmen. Und hätte jetzt schon zwei Bauern mehr. Und Weiß ist paralysiert hier. Stattdessen Dame F1. Aber nach Dame schlicht F1. Läufer schlicht F1. F schlicht E5. Hat Schwarz zwei Bauern mehr. Das starke Läuferpaar. Greift den Springer an. Und das ist hier, wie man so schön sagt, eine Sache der Technik. Und schauen wir mal an. Schauen wir uns an, wie Vincent das hier technisch zu Ende gebracht hat. Turm D3 ging es weiter. Läufer C2. Wir schauen das jetzt schnell bis zum Ende. Läufer E7, Turm E7. Läufer F5, Turm E5, Turm F8. Wir sehen, eine Figur hat das Brett verlassen. Weiteres Bauernpaar. Schwarzer zwei Bauern mehr. König G1, H5, Turm E7, König A7, A3, Turm F6. Läufer C4, H5, Turm E5, König H6. König kommt vorne, H4. Es gibt ja nicht viel zu erzählen oder zu analysieren. Die Stellung ist halt wirklich komplett gewonnen auf so einem Niveau. Und Läufer E2 macht es noch einfach, weil jetzt kann Schwarz über Turm E6 tauschen. Erst G6, B4, Turm E6. Wie ich schon häufig erwähnt habe, auch in meinen Anfängervideos, wenn ihr Material mehr habt, tauschen, tauschen, tauschen von gleichwertigem Material. Turm schlicht E6, Läufer schlicht E6, B schlicht C5, B schlicht C5, König F3, König G5, König E4, König F6, Läufer F1, G5. Die Bauern rollen einfach. Läufer E2, C4, König D4, G4 auf beiden Seiten. Natürlich kann Weiß nicht beide Freibauern aufhalten. Läufer schlicht G4. Er opfert hier den Läufer. Läufer schlicht G4, König schlicht C4. Letztes Aufbäumen. Luis ist ein Kämpfer. A4, König B4, Läufer D1. König C3, König F5. Und hier gab er auf. Der König läuft einfach hier hin, holt sich den Bauern ab. Ja, und dann rennt der H-Bau zum Sieg. Er hat ja noch einen Läufer mehr. Hätte er auch ein bisschen früher aufgeben können. Aber kann ja immer noch was passieren. Ja, ein tolles Match. Insgesamt spielten die beiden 22 Partien. Ich bin mir nicht sicher, ob ich diese Woche noch eine weitere Partie zeigen werde. Ich muss noch mal durchschauen, das ganze Material. Aber letztendlich kann ich schon mal das Ergebnis vorwegnehmen. Vincent Keimer, der Jüngere, gewann sicher mit 15 zu 7. Aus den 22 Partien. 15 Punkte holte er. Insbesondere im Blitzen war er relativ überlegen. Mit, ich muss mal kurz schauen, 10,5 zu 3,5. Im 1 plus 1, da war es unentschieden. 4,5, 4,5. Also im Blitzen war Vincent dem Luis gut überlegen. Schönes Match. Schön, dass die Jungs sich treffen auf Liches und zocken. Das gibt mir natürlich auch Material, um hier zu berichten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und falls euch der Content gefällt, abonniert doch einfach den Kanal. Macht's gut, bis bald.